Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stelle heute ein paar Kinderfotos nach und ich hoffe, dass es mir gelingt. Also ich bin nicht so gut an solchen Sachen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe mir hier ein paar rausgesucht und ich werde es hier einfach versuchen nachzumachen und vielleicht klappt es ja, wenn nicht, dann... Hm, aber auch mega. Viel Spaß. Alles in meiner Zahnspange. Okay, ja, das kann ich ja jetzt nicht so gut nachmachen, weil ich nicht am Meer bin. Ein Cap brauche ich. Also ich stelle so, mache mit der einen Hand so, mit der anderen... Ja... So... Okay, für... Ja... Ah, ich kenne so. Okay, für das Bild brauche ich einen Tisch. Den Tisch nehme ich nicht. Das ist gar nicht. So scheiße aus mit diesem Ding da. Jetzt kommt was Aufwendiges. Ähm... Da muss ich erstmal... Bin ich jetzt echt so motiviert, meine ganzen Skisachen zu holen. Hi. Ich habe leider keine Skischuhe und keine Skirose gefunden, aber die anderen Sachen habe ich. Farben... Die Farben passen halt jetzt nicht, ne, aber es ging nicht besser. Ich habe jetzt schon eine große Jacke gesucht. Na? Wie geht's dir so? Peace out. Ich pein, ich pein, ich pein, ich pein, ich pein. Ich habe jetzt leider nichts anderes für den Kopf gefunden. Ich habe den Beeren sogar noch. So. Das ist voll süß. Ich weiß. Ich habe jetzt hier einen Joghurt und so einen Babylöffel. Aber ich weiß nicht, wo ich mich reinlegen soll. So. Jemand gibt mir das hier. Also muss die Hand aus dem Bild sein. Was mache ich? Ich schau den Löffel an. Wie auch was sonst immer. So. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mir super gerne einen Daumen nach oben da für einen zweiten Teil. Und vergesst nicht, mich kostenlos zu abonnieren. Ich weiß, dass ich nicht wirklich viele nachgestellt habe. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. Mal Players im Bier Clarke. Bis zum nächsten Mal.